Jedenfalls habe ich die Zeche gründlich satt. Satt, damit es mal weiß. Schrei nicht so, du streichst die Tauben durcheinander. Verdammt nochmal, es geht um mich, nicht um deine Tauben. Wenn du von Zeche weg bist, dann haben wir nichts zu reden. So? Wenn ich aber nach Rüsselsheim will, haben wir dann was zu reden? Wieso? Weil ich dann nämlich anfangen werde. Naja, die warten gerade auf dich. Du hörst es nicht glauben, da fange ich jedenfalls an. Basta. Dazu musst du doch wohl erst mal kündigen. Habe ich längst. So, wann? Wo kommen denn jetzt? So, nächsten Monat. Einfach so, ohne mir was zu sagen. Einfach so. Einfach so, ja, wenn du es wissen willst. Einfach so. Ich will meine Freude. Das ist kein Grund, der Bocken hinzuschmeißen und einfach abzuhauen. Ich bin nicht nur die Zeche, Leute, ich bin auch dich, Leute. Dann nörgern und meckern. Du bist nämlich die Zeche. Verstehst du? Bleib nicht so. Ich bleib gegen Papier. Sei du nicht so, denk an deinen Blutdruck. Du gehst sofort auf die Zeche und machst die Königin rückgängig. Einen Scheißdreck werde ich tun. Wenn du von Zeche wechselst, dann packst du hier deine Sachen. Dann sieh zu, wo du bleibst. Brauchst du dich verlassen kannst. Hattest schon lange vor, von zu Hause wegzugehen. Du machst es mir leicht. Hier. Meine Zusage für Rüsselsheim. Drei Tage habe ich den Brief schon in der Tasche. Jetzt kann ich ihn ja abschicken. Du bleibst hier. Es wird pariert. Was ist denn... Hier bin ich, Frau Wissern. Nein. Nein.